Ich bin ja normalerweise jetzt keiner, der jetzt anderen Vereinen in Deutschland die Daumen drückt, aber ich habe mich schon ertappt. Diese Woche, ja Mittwoch, habe ich das Spiel angeschaut und habe mich wahnsinnig gefreut, dass die Eintracht das Endspiel gewonnen hat. Nicht nur für die Frankfurter, sondern auch für ihre Fans, die wahnsinnig die ganze Europapokalrunde begleitet haben, sondern auch für den ganzen deutschen Fußball. Denn Eintracht Frankfurt hat in dieser Europapokalrunde den deutschen Fußball prima vertreten, nicht nur von der sportlichen Seite her, sondern auch vom Auftreten, von der Begeisterung der Fans. Es wurde wirklich empathisch der Fußball zelebriert und das tut uns allen gut. Eintracht hat es wunderbar bewiesen, was man mit einer tollen Energie und einer großen Empathie erreichen kann. Und Eintracht Frankfurt ist jetzt für uns alle schon ein kleines Vorbild, dass man in Zusammenarbeit mit der Fangemeinde und mit dem ganzen Umfeld schon Berge versetzen kann.